Ja, die Bundesländer müssen sich die Feiertage auch verdienen, wenn die ein schlechtes Bruttoinlandsprodukt haben, den kriegen die auch keinen Feiertag. Heißt das, dass du Freitag-Brückentag machst? Ich hab Freitag sowieso frei, hallo, wie seh ich aus, als ob ich mir eine Veranstaltung auf den Freitag legen würde. Scheiße. Scheiße. Das sind Anfängerfehler, wenn man sich eine Veranstaltung auf den Freitag legt. Da hab ich mal gemacht, frei nach morgen, dachte ich so, geil, frei danach. Ja, eigentlich jedes Mal, wenn ich mit dem Stundenplan zusammenstelle, dann guck ich natürlich erst mal so, was mich am meisten interessiert. Dann hab ich bei irgendeinem total coolen Thema gesehen, Freitag, 8.30 Uhr, hab ich gedacht, nee, komm Bruder. Nee, Bullshit. So cool ist es dann doch nicht. Ja, so schnell können sich Interessen verschieben. Ja, das ist richtig, ja. Ja, wahrscheinlich so, boah, dafür muss ich dann irgendwas anderes langweilig, so römische Geschichte, so, boah, ja, voll geil, Donnerstag. Ja, wobei ich hatte bisher eigentlich immer Glück mit den Kursen, die waren, die waren eigentlich immer sehr interessant, bisher. So, ich seh hinter euch gar nichts. Äh, moin moin, meins. Ich geh in die untere Lager. Dann geh ich, äh, ja, Leuchtturm, dann runter. Okay, Erik und Tommi, alles klar. Es sind so viele Leute in der Party, deshalb mach ich jetzt hier nochmal kurz. So, jetzt nochmal gucken mit den Falschen. Doch, da ist einer, einer kommt safe mit, ne? Das weiß ich. Oben, komm, oberer, oberer Teil. Ja, oberer, da ist noch ein Dritter. Da ist noch ein Dritter. Oh, Tommi, komm da am besten schon direkt runter. Scheiße. Ja, scheiß auf Looten, komm, komm, komm sofort runter zu uns. Jo, jo. Oh nein, das war scheiße. Und ein Dritt, alle drei oben gelandet. Alle drei oben. Falsch, ich bin dann der ersten von denen. Äh, ne, Tommi, sind wir noch am nächsten. Die machen das halt gleich wie wir, ne? Ah, ne S12K. Wenn ich jetzt noch in Schalli komme, dann gehe ich auf Jagd. So, ich hab da Tommi mit erweiterten Magazin, das sieht ja schon mal gut aus. Auf in den Nahkampf, würde ich sagen. Jetzt hätte ich gerne noch ne Weste. Ja, ne West wäre noch cool. Ja. Wir sind aber in der Zone. Der erste kommt schon in meine Richtung. Ja, dann bewege ich mich direkt zu dir, bitte so. Hab ne Nate auch noch. Könnte auch noch hin. Also, die sind Zaun runtergegangen Richtung... Moa. Richtung Leuchtturm also. Ja, ja genau, da diese, dieses dreistöckige blaue Gebäude, da hin sind die, glaub ich, gegangen. Ja, da wo die auch gestern waren. Ah, ne, 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 ne. Der ist da nur an der Seite runtergerutscht. Ist der wieder hochgelaufen? Oder was? Ja, ja, ja. Hinten bei diesem... Da, wo das Auto mal nicht mehr steht. Weißt du, wo ich meine? An der Seite da? Ja. Ich geh jetzt in das dreistöckige Gebäude. Mach aber auch die Tür zu, also nicht wundern. Äh, der eine hat irgendwas noch nicht geschossen, also in meine Richtung. Ich hocke drin jetzt mit Schottie, also... Äh, hier bei mir ist ne, ähm, ne DPD. Falls einer Totally Rampage, äh, laufen müsste. Und ne Zweierweste, falls er eine Zweierweste braucht. Ja, könnte ich... So, ich guck mal hier. ...weil jetzt nicht von Passi weglaufen. Ja, okay. Ich weiß grad nicht, wo die sind jetzt. Ich hab jetzt gar keinen mehr. Noch mal ein M16, äh... Also ich könnte jetzt, ähm... Ich sehe einen. Ist der bei mir in der Tür? Ne, der ist oben an der Mauer. Was ist hier unten noch? Passi, der ist, der läuft da jetzt über die Straße. Ey, hier vorne ist die Tür auf. Ey, in der Mitte, in der Mitte. Hinter Tommy. In dem Haus, da ist einer. In Tommys, äh, im roten Haus ist dabei, Tommy, bei dir. Da ist einer. Der eine ist wieder hochgeklettert. Der steht oben am Zaun. Ich geh mal gegenüber von... Ich geh mal gegenüber von dir aufs Dach. Ich kann den Typ leider nicht finishen, weil der jetzt außerhalb meiner, meiner, meines Zielfernroßes ist. Also der ist, der ist in Deckung. Ich krieg den nicht. Aber einer ist auf jeden Fall dauernd. Also wie gesagt, ganz sicher bei Tommys einer reingegangen. Den müssen wir unterstützen. Ja, ich seh ihn. Ja, ich seh ihn. Der läuft nach oben. Der ist nach oben weg. Genau, ja. Krieg ich nicht mehr. Ja, ich könnte jetzt ein bisschen schießen. Der ist da jetzt oben an der Mauer, aber ich hab leider kein Visier, was mir jetzt irgendwie helfen könnte. Ich hab ein Vierer, das kann ich dir jetzt aber auch bringen, theoretisch. Ja, nee. Ich würd sagen, hunting down, oder? Wie war, was meinst du? Ja, wir holen uns die jetzt. Einer ist schon down, der hat auf jeden Fall schon mal... Ich bin... ...Headshot gewesen zu sein mit... Hier ist noch ein Zweihemm, mit dem ich den down geschossen hab. Also der dürfte eigentlich schon wenig Ausrüstung haben. Also ich hab jetzt hier umlaufen. Ich bin jetzt an der Mauer unten. Ja. Da passier, da wo man dann als erstes hochklettern kann, da hab ich den Typen down geschossen. Direkt über dir. Ja, ich seh einen, ich seh einen. Aber er sieht mich nicht. Ich kann es mit der Kamera, seh ich ihn nur. Ich bin hinter dir, Erik. Ja, hier könnt ihr jetzt riskant sein, da wir wirklich die miese Position haben. Zwei sind bei uns. Alle, ah, das sind vier. Das sind vier Typen sogar. Die sind alle vier bei uns. Okay, dann kommen wir jetzt von... Ich hab wieder einen down. Einer will uns zum Laufen passieren. Die sind oben an der Mauer, oder? Ja. Ja. Noch einen down. Ich bin schlussend. Fuck, 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 fuck. Der ist oben auf dem Turm. Achtung, Passi. Passi, geh auf meinen Schuss. Ja, ey. Voll geklöpft. Der ist fast down. Ist das der letzte? Ja, ich... Ich hab den noch... Ich hab den noch zweimal einen Schuss. Der überlegt alles da oben. Ja, komm, kann gehypt werden. Ich hab auch einen geholt. Ja, ich hab drei Kits. Und den einen haben wir. Optimal. So, ich fang schon mal an zu looten. Ey, kann sein, dass kurzzeitig die Party irgendwie an der Rope war? Nee. Der hier hatte eine Mose. Ich hatte keine Probleme. Der hat hier noch eine Mini. Ich hab mir die Munition allerdings gerade genommen. Ich hab mir auch eine Mini von dem hier gerade gesnackt. So, wo war der Typ? Eine beim... Ach, da ist der in den getroffen. Okay. Ich hab einen Achterscope hier gefunden. Ist okay. Äh, Tommy, jetzt ist noch ein UMP, falls du UMP willst. Für die Mini gebrauchen, aber du hast ja auch... Schauen wir mal auch. Hat jemand einen Kasten oder sowas? Weil, äh... Ja, ich hab drei Kästen und sechs Energies. Kannst du mir einen Kasten und eine Energy geben? Ja. Ich leg dir hier das Achterscope hin. Liegt alles. Optimal, danke. Und? War der Lug oder? Jetzt lagst du bei mir passiert. Du warst ja schon alles geludelt. Ja, ich weiß, ich weiß nicht warum. Ich glaub nicht, dass alles geludelt ist, also... Ich geh jetzt wieder runter. Wir haben ja... Wir sind ja in der Zone. Ja, wir sind ja... Ja, wir sind ja... Na, es ist am Ende aber doch vier, ich hab nur drei gesehen. Die Boys, ey. Ja. Also wie gesagt, bei mir im ersten Teil, da wo ich angefangen habe zu looten, waren auch noch mindestens zwei Zweier-Westen, die im Takt waren. Ich denke, da hol ich mir gleich schon ab. War das in diesem Grupp, wo das Zweistöckige neben dem Einstöckigen ist? Äh, da zum Beispiel war die... Da war die erste... Und dann im Großen oder also im Zweistöckigen oder im Einstöckigen? Weißt du das noch? Im Zweistöckigen. Du hast doch hier irgendwo noch einen Einser-Helm gekauft, weil das hier ganz an der Kante... In dem Gebäude... Also ich hab gerade... Ja, hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Ähm, ich hab einen Charlie für eine MP gefunden. Ja, aber bei mir war gerade Partyweg. Oder warte, es könnte auch... Also hier ist auch einer in diesem Gebäude mit Dach. Da ist auch Safecaller, eine Zweier-Weste. Das ist nicht so weit, dann. Okay. Habt ihr gehört, ich hab einen Charlie-MP? Ich hab keine MP. Tommy hat eine. Also ich hätte auch eine MP, aber nur die Thompson, deshalb... Ich würd die eher... Hier unten... Äh, hier liegt auch noch eine VSS. Für Liebhaber. Was, hier du magst du doch, oder? Joa... Joa... Oh, geht's. Ähm... Hier ist noch ein Zweier-Scope. Äh, ein Zweier, ein Achter. Nice. Ich hab aber keine Waffe für den Achter-Scope. Ich hab aber keine Waffe für den Achter-Scope. Ich auch nicht. Tommy ist eigentlich gerade da, gemutet, äh, abwesend. Ja, wie gesagt, Partyhut. Achso, ich dachte schon mal Partyhut, ich pack den, ich weiß ja nicht. Also, äh, es kann ja bei mir sein, ich... Ich tu das, äh, Visier jetzt mal auf meiner AK wegen Platz im Inventar, aber... Ja, ja. Aber, äh, ich find nicht, äh... Wie gesagt, ich find nichts, das kannst du nicht brauchen. Zwei Achter. Ja. Ich hab immer noch eine Schottie, aber VSS könnte ich nehmen, ne? Äh, hier ist noch ein Achter. Ja, ich hab jetzt mal aufgenommen. Na, jetzt ne K finden, was wir mal is. Da würd ich auch nicht Nein sagen. Ja, würd ich auch nicht sagen. Demut sich keiner. Tami, willst du den, äh, den Shally haben, dann? Den MP-Shally mit, mit dem Zweier-Scope? Äh, ja. Äh, ja, ich hab schon Zweier-Scope, aber... Achso, ich hab auch grad noch ein Zweier-Scope gefunden. Jo, dann geb ich dir den gleich. Ein Vier-Scope, wäre noch nice. Äh, Erik, ich hab noch ein erweitertes Magazin für deine S... Äh, äh, wie heißt die Nummer, SKS? Ich hab, äh, äh, nein, ich hab ne Mini. So, ich hab hier noch ein Vier-Scope. Aber gut, äh, dafür jetzt trotzdem ein erweitertes Go. Den würd ich nehmen. Erweitertes Magazin, mein ich. Mhm. Nice. Äh, ich hab übrigens eben noch irgendwo eine SKS gefunden, Posti. Wo war die nochmal? Ja, ich hatte eben irgendwo eine SKS, glaub ich. Wir haben ja so viele Achter-Scope-Scopes. Ja. Ist so ein Zweier-Helm. In meinem Gebäude. Da brauch ich auch noch. Hier ist die K. Ah, nice, da kann ich dir alles ab. Ich hab Wangenpolster und Achter-Scope. Weil, brauche ich echt nicht. Ich hab Nahkampf. Wird ein jemand meine Thompson? Wirst du meine Thompson? Ja, würde ich nehmen. Mit erweiterten Magazin und ganz viel Muni. Jo, 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 jo. Ist klar. Ja. Ich hab übrigens einen Schali-SG auch. Achter-Achter-Achter-Achter-Achter-Achter. Ja. Ja, Schab Nahk. Aber ich nutze die nicht als Fernkampfwaffe. Deshalb gib den irgendwem, der die als Fernkampfwaffe nutzt. Ja, ich hab einen M16. Mit Vierer. Tommi kriegt ja den MP-Schali. Dann kannst du den SG-Schali haben. Jo. Tommi. Leg ich dir den auch hier direkt hin. Und dann hier noch ein bisschen Shit, den ich so noch habe. Weil das Zweier-Scope nehme ich mir, glaube ich, mal für die M16. Äh. Ihr legt das noch... Ah, komm. Da. Ey. Was? Was? Hier ist doch nur noch ein Zweierhelm. Oh, hier ist ja noch ein Schali. Das ist der SG-Schali, den ich Passi hingelegt habe eigentlich. Achso. Ich dachte, du wirst den unten hingelegt. Sorry, Passi. Er liegt wieder. Ja. Also ich leg jetzt dann auch hier vor die Tür mal meinen Shit hin, okay? Es ist relativ viel, also... Ich hab auch alles innen hingelegt. Ja, er liegt noch ein Achter und ein Vierer-Scope. Hier, wo ich bin, war doch das Haus mit dem Dach, wo die Zweier-Beste war, oder? Äh, jo, Moment. Nice. Ja. Hast du die gefunden? Nee. Auf dem Dach bist du auf jeden Fall nicht. Moment, dann gucke ich nochmal... Guck ich nochmal gründlich. Ich guck nochmal in dem anderen. Also ich hatte noch zwei Zweier-Scopes, äh, Zweier-Scopes, Zweier-Westen hier, also... Safe. Äh... Ja, hier war die DPD. Hier ist auch... Hier ist auf jeden Fall mal eine, wo ich jetzt aktuell bin. Und dann hole ich bei dir. Ich hab die jetzt in dem Haus nicht gefunden. Ja. Hi. Nee, hier, hier in der Ecke, Küche. Du hast grad 7 aufgesammelt, ne? Kannst du mir vielleicht noch 15 Schuss geben für meine K, dann hab ich 30 Schuss. So, ich hab mal Partyführung abgegeben, also Party... Hast du noch ein bisschen Fünfer hast du nicht, oder? Ja, doch, Fünfer könnte ich dir auch ein bisschen geben. Obwohl, warte, ich guck mal. Ich guck mal. Auch MP-Kompensator braucht auch keiner, ne? Nein, ich hab 70 Schuss für die... Für die... Es ist okay, ich hab 70 Schuss für die Dingens, für die Mini, das reicht. So, lag da hinten, wo ihr ein Stuff hingelegt habt, lag da zufällig noch ein erweitertes Magazin für ein SG? Nee, nur Fünfer oder ein Schnellzugriff, oder zumindest ein Schnellzugriff? Ja. Äh, hier im flachen Gebäude ist noch ein Schnellzugriff. Glück ist, ich pack's dir ein. Jo, danke. Da, wo passier jetzt rein geht. Geh jetzt trotzdem noch kurz gucken. Hier liegt noch ein Achter, braucht das? Äh, hier ist es von der Mitte. Ne, Achter? Ne, ich hab nicht. Ne, ich hab nicht. Was hab ich hingelegt? Okay. Ja, ne, ich hab keine Waffe dafür. Ja, ich hab ja gesagt, ich hab ja zwei gefunden. Zwei Achter. Ja, und ich hab ja eins auf der Mini. Pasti, du hast aber den... Dann solltest du mir doch irgendwo noch ein Magazin für die Mini geben, oder? Ja, das hab ich dir eben unten ins Haus reingelegt. Pasti, du hast den Schally aufgesagt. Äh, was brauch ich? Ja, ich hab Schally SG, ja, ich hab jetzt eine M16H mit Vierer Visier und Schally. Ähm, Thompson, da hab ich ja nichts vorne drauf. Ich würde aber einen Achter mitnehmen, weil, falls ich eine Wachgutwaffe finde, dann pack ich Thompson weg. Ja, wobei, ich find, das ist Achter Skublack draußen vor der Tür. Also, die Thompson, 50 Shows, das geht schon ab. Ähm, ein relativ naher Kampf. Aus der Hüfte? Der haut dort schon rein, ja. Auf jeden Fall. Hab ich auch eben grad zwei Damen und Schally. Ah, warte, hier liegt noch ein erweitertes Schnell... Schnell... Ja. Ja. Okay. So, mir fehlt jetzt im Grunde nur ein erweitertes Magazin für die M16 und was vorne für die Snap draußen vor der Tür immer noch. Ach, hier. Ja, okay, hab ich. Gut, dann lass ich mal jetzt... Nee, lass ich mal alles hier. Schäfte brauchen wir nicht, ne? Nee. Braucht jemand Granaten? Ich hab, äh... Fünf Stück. Nee. Granaten hab ich drei. Braucht jemand, äh, Energy Drink? Ich hab sieben. Ja. Ich hab drei Schmerzen. Ja, ich hab gar keine Energy. Ich hab nur ein Schmerzmittel. Würde ich auf jeden Fall noch eine Energy nehmen. Wenn nicht sogar zwei. Von wovon hab ich denn Leben verloren? Hast du irgendwo mal runtergesprochen? Willkampf? Okay. Nein. Nein, nein, nein. Weder... Ich wurde weder getroffen... Ah, doch, ich wurde, glaub ich, von dem einen Typen im Turm kurz getroffen. Äh, hier. Danke. Bitteschön. Also ich könnte immer noch zur Not ein Energy abgeben, falls einer da Not hat. Ich hab jetzt immer noch vier, also... Ich bin jetzt... Ich bin jetzt erst sehr zufrieden. Äh, wir gehen aber zu Full-Rücks-Werni, ne? So, auch Strandlös. Ähm... Wir müssen jetzt erst mal probieren, wie die Zone wird, ne? Viva hat doch hier vorhin irgendwo noch ein Zweier hinbekommen, du bist noch auf eins. Ich hab sie nicht genommen. Ich hab sie nicht genommen. Achso. Ach, jetzt noch ein Scharfschützengewehrschalter. Jo, dann weiter. Ja, so geht's mir auch. Ein Energy würde ich vielleicht nachher noch nehmen. Ja, sag ich ja. Äh, auch wenn wir nicht so gute Erfahrungen haben, gehen wir an die Küste trotzdem. Hier sind... Bei den Häusern sind wir schon total oft verreckt, als wir da an der Küste der Klang kamen. Aus... Aus... ...zahnt hier raus. Safe call. Ja. Jetzt mal um den Strand und scope es mal. Ähm... Auf den Berg. Kannst du erst mal auf den Berg und abscopen. Abkürchen. Gibt's die... Gibt's die... Gibt's die geile Speer. Oh, da vorne läuft ein, vor mir auf dem Gras. Ich hab einen Schall hier auf der Pistole, ich glaub, schieß den ab. Boah, Alter. Weißt du, wie 50 Kugeln Tompens schmähen? Du wirst doch von den 50 wirst du einen nur treffen und ich hab so viele Energydrinks, dass mir das egal ist. Ich glaub, die würden das schon lecker finden, wenn du mal deine Party für die Kette kriegst. Das ist ja nicht mehr seine Party. Hab die Party schon. In Verbindung. So, gut, dass ich Autorun, gut, was soll ich brauchen? Oh, dann kann ich ja doch keinen Schluck trinken, wenn jetzt ein Fahrzeug so ist. Motorrad? Oh doch, ich hör's noch nicht, ich kann einen Schluck trinken. Ich hör's auch nicht. So, im Osten war das. Das war bestimmt Stefan. Ja, vielleicht sind sie zu dem Haus gefahren. Ich war ja gerade mit dem Jeep rum, das war ich. Sorry. Oh, wenn die zu dem Haus gefahren sind, da hab ich ja gerade gar keinen Bock drauf. Das geht richtig übel aus, hab ich so das Gefühl. Ja, wir sind viel zu gut ausgerüstet, das wird so kack für uns ausgehen. Ja, das ist sowieso das Problem, wir werden in jedem, egal in was für einem Kampf, wir werden sterben. Bisschen zu gut ausgerüstet, das stimmt. Hab ich letztens doch gecallt, boah, mit wem hab ich da gezockt. Mit Franz auf jeden Fall, Tommy warst du auch dabei und traf, glaube ich. Wo wir in Civerny waren, wo wir acht Scheidämpfer oder so insgesamt hatten und dann total jemalig verreckt sind. Ja, also habt ihr ein Motorrad vorhin gehört? Ich hab gar nichts gehört, dem. Ich hab vorhin ein Motorrad gehört, ja. Ja, da parkt ein Motorrad bei denen, weil wir dann. Okay. Nice. Aber du wärst die, ne? Hallo. Salut. Mhm, hallo. Hallo. Ah, Tür ist ja auch offen. Einmal der Küste. Keine Ahnung. Vielleicht die nächste Zone nochmal abwarten, vielleicht müssen die ja auch rausrennen und haben wir einen kleinen Vorteil. Bin ich so in der Sonne? Ja, ich bin hier in der Sonne. Sollen wir die denn von rechts abfangen, oder? Ja, ich hab da gerade einen im Haus gesehen, der geht jetzt aufs Dach, glaube ich. Ja. Ja, ich bin dann auch. Ja, ich stehe die nochmal auf dem Dach. Ja, easy mal. Ne Ausrüstung gesnackt. Sniper Ausrüstung. Komplett. Wut. Boah. Schießt der dich? Ich hab da ein 8er Visier. Ja. Ja. Wut. Fuck. Ich geh den ja fast nicht mal. Dornen. Ich stand oben auf dem Dach, links. Diesmal warst du nicht auf mich. Ja, diesmal ging der auf mich. Ich hab mich halt gewehrt. Wenn der dich abschießt, dann schieß ich zurück. Ja, okay. Die müssen aus dem Haus raus, aber haben immer noch die bessere Pose. Dann lassen den Bogen laufen. Lassen den Bogen laufen, direkt loslaufen, bis sie vom Haus weg. Jo. Hoffen, dass die Entfernung zu weit ist. Schließt ja noch den Reifen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich treff den scheiß Reifen nicht. Oh Gott, wir haben hier gar keine Deckung. Nein. 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 Das wird richtig toll. Da steht hier irgendwo ein Fahrzeug, zufällig. Nein. Das ist ja nix. Nein. Naja, wenn wir hier durch den Wald rennen, auf der anderen Straßenseite ist ja schon... Rechts auf dem Berg wird auch geschossen. Nein, das hätten wir gehört. Oh fuck. Ja, abends. Schießt ihr da gerade? Passiert gerade auf die Geschüssen. Oben auf dem Berg oder in dem Haus? Eher Berg. Nee, also auf die, der geschossen hat, waren die Typen nur aus dem Haus. Okay. Ja, ja auch. Weil die haben auf uns gesoomt und ja, bis der Ablenkung. Ja. Ich bin fast in der Zone. Jetzt kommt noch ein Headpackage hier von vor unserer Fresse runter, das wird raus. Ja ja. Ja, na klar. Ja, naja. Ja. Hey, die müssten aber jetzt weggefahren sein. Also ich hab nichts mehr von denen gesehen. Schon ne Weile. Ja, die formen glaub ich, ein bisschen Motorrad fahren. Ich habe versucht den Reif zu schießen, aber ich habe den nicht richtig getroffen. Wenn nicht fangen wir die ab. So, hat es genau geklappt mit der Zone. Leck mich am Arsch. Wir müssen auf jeden Fall von hinten aufpassen. Entweder laufen die geradeaus an der Küste lang, oder die kommen zu uns. Das ist jetzt natürlich die Frage. Wir müssen auf jeden Fall nach hinten aufpassen. Aber jetzt haben wir die taktisch bessere Position. Ja. Bei uns wird aber auch irgendwo geschossen, ich denke bei den Häusern. Ja. Aber auf dem Berg habe ich gerade auch noch Schüsse gehört. Und Richtung Shooting Range. Unten steht ein Fahrzeug. Scheiße. Ich glaube, das sieht aber gespawnt aus. Ich geb mir hier mal die Hecke. Okay. Bei hinten ist einfach das Care Package. Da siehst du schon wer. Da siehst du schon wer. Ich könnte den treffen. Ja dann. Auf den wird schon geschossen. Der ist schon down. Da haben wir noch ein bisschen den Blick nach hinten. Von 85 Grad. Ja, ich gucke gerade ein bisschen nach hinten. Okay. Ich glaube die Typen aus dem Haus haben Probleme. Bei der Hausgruppe. Ja genau, die haben Probleme. Ich glaube der hat beim Care Package gehört zu denen. Auf 95 Grad läuft etwas in unsere Richtung. Ist aber noch weit weg. Kann natürlich noch abdrehen. Dementsprechend. Ich höre oben auf dem Berg noch viele Schüsse. Ah, wer hat das Care Package jetzt gebootet? Die beiden da. Ist der noch auf dem Berg? Ist der noch? Die laufen jetzt wieder ins Haus rein. Sind noch zu zweit. Ah nein, sie ist im Haus. Sind noch zu zweit. Ich könnte den treffen im Haus. Dann die. Hast du Schally? Habt ein Zweierheim. Ne, ihr habt keinen Schally, nein. Filmt euch gerade rechtes Fenster. Im Haus da. Guckt wer hinter uns? Jetzt mittel das Fenster. Ich gucke nach hinten. Jetzt wieder rechtses Fenster. Siehst du ihn? Ne, ich sehe ihn nicht. Ich bin weiter weg von dir. Aber ich verändere gerade auch nicht Positionen. Ja. Ich hoffe, die Pendel im Haus haben die jetzt keinen Zonenblick. Das wäre jetzt uncool. Ne, ich glaube nicht. Aber wir haben eine fette Wunde da aus der... ...Begens bekommen. Da hinten läuft was. Ich sehe es. Also bis jetzt kommt noch nix von hinten. Ja. Warte. Aber da schießt doch jemand mit der SKS. Das war es so, dass der noch zu uns kommen könnte. Also der war doch relativ nahe gerade mit der SKS oder nicht? VSS meinst du? Oder war das passige Schalldämpf? Ich weiß nicht. Das ist der gerade da hinten. Richtung 50 Grad oder so. Schießt doch noch irgendwas mit der SKS oder nicht? Nicht der. Ich schieße so zu 120. Das ist die Hausgruppe, glaube ich. Da, jetzt. Oh, scheiße. Da war gerade ne SKS. Ja, das war... Das wurde nicht. Ja, scheiße. Da komme ich aber nicht hin. Von hier aus. Ne, ne, ist okay. Ich gehe hinter den Stein. Ich versuche es. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall noch irgendwas runter. So. Ja, oben auf dem Berg. Ja, oben auf dem Berg habe ich gerade was. Ja, ich habe einen Baum vor der Fresse. Ich sehe den nicht. Der ist jetzt oben an so einem Stein. Ich sehe den aktuell. Komm, bleib stehen. Bleib stehen. Einmal gehittet. Ich bleib bis zu sterben. Ne. Wir müssen ein Stück in die Zone, ne? Der tanzt jetzt. Der treibt immer einen Stein. Ich muss ein bisschen zu euch. Tut mir leid. Ah, fuck. Einen Stein teilen ist auch nicht so... Der läuft da jetzt runter den Berg. Der kommt jetzt runter. Ich habe ihn gesehen. Alter, als ob ich den nicht getroffen hätte. Von hinten. Oder? Ja, von hinten. Das war so... Wir waren hinter uns am Stein. Nein, das war's. Pasi, drei Stück vom Stein. Das war so klar, dass was von hinten kommt. Warum gucke ich da nicht hin? Ich bin so ein Idiot, ey. Das sind die ersten Häusern, ne? Ja, ich vermute auch. Echt? Echt? Links ist noch einer. Ja, ja. Habe ich zwei Kills. Schön. Und vom Berg schießt er auf jeden Fall noch. Aber da waren... Ich meine, ich hätte drei gesehen, Pasi. Und genau auf einer Gradzahl war ein Typ oben beim Baum. Da, ich sehe einen. Geht mal. Du bist der Eis. Der war doch gerade da am Baum. Rechts von dir müsste einer am Baum sein noch, Erik. Der ist hinter uns irgendwo. Oh, Pasi, du musst aufstehen. Oh, gerade von oben. Jetzt, jetzt. Da rechts, bei dem Baum. Bei dem Baum ist der, genau. Ja, fuck. Ja, ich habe ihn gesehen gerade. Oh, Nate. Huch. Nice. Loll. Boah, wie viel hält denn der? Nice. Okay, jetzt musst du aufpassen hinter dir, Erik. Oh, 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 oh. Ah, schade. Schade, schade. Schade. Ey, wie viel darf er gerade ausgehalten? Ja, das war krass, ey. Das war echt krass. Ach, wie ärgerlich. Das war so klar, dass da was von hinten kommt. Ich wusste es. Vermutig nicht, Alter. Das war genau die, die ich gecallt habe. Das war nämlich der mit der SKS. Ich wusste es. Ah, Zweck, Lutz. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es.